Also das fing ja schon an, überhaupt mit der Bewerbung zu der Auszeichnung sich überhaupt noch mal Gedanken zu machen, wie sind halt die Zusammenhänge. Wir haben sehr vielfältige Themen bei uns und das auf den Punkt zu bringen, das ist alleine schon für uns schön, das auch nach außen mal auch erklären zu müssen, was machen wir da eigentlich. Der zweite Punkt, klar, natürlich die Aufmerksamkeit, man hat einfach einen schönen Aufhänger, um eben auch Meldungen damit zu verknüpfen. Wir können das Logo nutzen auf unserer Homepage, können halt auch verlinken, das war sehr schön. Und ja, als drittes vielleicht insgesamt auch, war es sehr schön zu sehen, dass wir nicht der einzige Preisträger waren. Wir haben gemerkt, dass wir in unserem Bereich, in unserem Bezirk, in Berlin gleich drei Preisträger, praktisch wie so ein kleines Cluster haben, einer sogar direkt in unserer Nachbarschaft auf dem gleichen Gelände in Schöneberg am Gasometer. Ist auch immer ein ganz schönes Symbol zum Thema Energie, aber auch zum Thema Innovation allgemein. Und ja, das waren so drei Aspekte, die für uns eigentlich sehr hilfreich waren, unsere Idee nochmal für uns selber und auch nach außen eben so kommunizieren. Vielen Dank.